Willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf unserem Kanal iFlatsPlays. Und zwar geht es darum, dass wir uns entschlossen haben, einen Neustart durchzuführen auf unserem Kanal. Das heißt, wir werden alle unsere bisherigen Videos löschen, damit wir dann in diesem Monat, also Oktober, verbessert wiederkommen können. Das heißt, wir werden die Audioqualität perfektionieren, also so gut es geht halt machen, so dass ihr uns gut verstehen könnt in dem Video und auch das Spiel. Und die Videoqualität wird steigen, das heißt in 1080p und ja, so gut es halt geht. Des Weiteren werden alle Projekte, die ihr auf unserem Channel findet, dann täglich neue Parts bekommen. Es ist scheiße, wenn alle zwei oder drei Tage nur ein Part kommt von einem Spiel. Das werden wir nicht mehr machen. Und ja, ich würde sagen, wir informieren euch drei Tage, bevor es dann losgeht mit einem neuen Infovideo, mit den geplanten Projekten, die ihr dann hier findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleiben würdet, denn wir kommen besser wieder, das kann man sagen. Es wird alles besser. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann halt wieder reinschaut, wenn wir dann wieder da sind. Ciao!